Das ist der Mann mit den schwarz-weißen Tasten, Mr. Kiel. Das ist der Mann mit den schwarz-weißen Tasten, Mr. Kiel. Das ist der Mann mit den schwarz-weißen Tasten, Mr. Kiel. Das ist der Mann mit den schwarz-weißen Tasten, Mr. Kiel. Das ist der Mann mit den schwarz-weißen Tasten, Mr. Kiel. Das ist der Mann mit den schwarz-weißen Tasten, Mr. Kiel. Das ist der Mann mit den schwarz-weißen Tasten, Mr. kissy. Das ist der Mann mit das schwarz-weißen Tasten, Mr. Kiel. Wow! Cheers! Cheers!